R-Absatzzeichen Mische Kamille Den Kamillentätten jeder aus seiner Kindheit kennen. Je nach Land ist die enthaltene Kamille eine andere. Es gibt zwei wichtige Kamille K-R-U-T-E, einmal die echte Kamille und zum anderen die R-Absatzzeichen Mische Kamille. So ist in Deutschland eher die echte Kamille, in Frankreich und England die R-Absatzzeichen Mische Kamille beliebter. Von der R-Absatzzeichen Mische Kamille gibt es zwei Varianten. Gefüllte R-Absatzzeichen Mische Kamille Ungefüllte R-Absatzzeichen Mische Kamille Das Mutterkraut, Tanasetum partenium wird auch als R-Absatzzeichen Mische Kamille bezeichnet, ist aber eine andere Pflanze. Die R-Absatzzeichen Mische Kamille ist ein bitteres Kraut mit einem hohen Anteil anterischen Lenn. Die R-Absatzzeichen Mische Kamille hat nahezu die gleiche Heilwirkung wie die echte Kamille. In der Pflanzenheilkunde werden vor allem die Bltenk-Absatzzeichen für der gefüllten R-Absatzzeichen Mischen Kamille verwendet. Das terische L wird mit Wasserdampfdestillation aus den Blten gewonnen. In der H-Absatzzeichen O-Party wird das Blönde Kraut der ungefüllten R-Absatzzeichen Mischen Kamille genutzt. Hauptanwendungen Bl-Hangen, K-Ämpfe, Magenprobleme, Menstruationsprobleme, Heilwirkung Antibakteriell, Antidepressiv, Appetitanregend, Beruhigend, BL-Hungstreibend, Blutbildend, Desinfizierend, Entsend, Entzendungshemmend, Fiebersenkend, Galletreibend, Harntreibend, Krampfel-Absatzzeichen-Send, Menstruations-Absatzzeichen-Dent, Menstruation-Anleitend, Nieren-Anregend, Rheuma-Lindend, Schlaf-Absatzzeichen-Dent, Schmerz-Lindend, Schweitreibend, Stimmungsauffellend, Verdauungs-Absatzzeichen-Dent, Wind-Treibend. Womept-Absatzzeichen-Dent, Anwendungsbereiche Abwischke, Akne, Arthritis, Asthma, BL-Hangen, Blasenentzendung, Brechreiz, Bronchialstau, Darmparasiten, Dermatitis, Divertikulitis, Durchfall, Fieber, Furunkel, Furpilz, Gelbsucht, Gelenkentzendung, Gelenkschmerzen, Hautentzendung, Hautunreinheiten, Herpes, Koliken, Kopfschmerzen, Leberleiden, Magenimpfe, Menstruationsbeschwerden, Mirne, Morgenbillkeit, Muskelkater, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, Nervositä, Neuralgie, Ohrenschmerzen, Regelschmerzen, Pickel, Pilzinfektion, PMS, Psoriasis, Reisekrankheit, Schlaflosigkeit, Schuppenflechte, Seekrankheit, Stress, Bückheit, Verdauungs-Absatzzeichen-Rangehen, Verstauchung, Verstopfung, Wechseljahrsbeschwerden, Wunden, Hummer, Zahnschmerzen, Wissenschaftlicher Name. Antemis nobilis el, Camemilum hortense, Camemilum nobile. Pflanzenfamilie. Korbeltnitze, Asteraceae. Englischer Name. Romankamamille. Volksmlicher Name. Dick Absatzzeichenpfe, Grökamille, Hemdgen Absatzzeichenpf, Parmilchen, Katreinenblume, Gummelle, R-Absatzzeichenmische Kamille, Welche Pfeblomli, Welchkamillen, Pfischrutt. Verwendete Pflanzenteile. Kraut, Blüten, Camemilierom aniflos. Inhaltsstoffe. Anelikasura-Este, Anteocotolid, Tricheli, Azulen, Bitterstoffe, Kamazillen, Flavionglycoside, Harz, Isorbutasura, Nobilin, Pinocavon, Polyacetylene. Sammelzeit. Juli, Oktober. Nebenwirkungen. Selten allergische Reaktionen, bei Dauergebrauch, Nervositä, Schwindeln. Konterindikation. Korbeltlochallergie, Schwangerschaft, Stillzeit. R-Absatzzeichenmische Kamille. Tee. 1-2-Tee-Absatzzeichenfehl, frische Schrägstrich getrocknete Blüten oder Kraut, mit 250ml kochendem Wasser bergen, bedecken, 10 Minuten ziehen lassen, abseihen. Etwa 2-3 Tassen lauwarmen Tees pro Tag. Hilft gegen Verdauungsprobleme, Schlaflosigkeit und Nervositä. B-Tee-Maximal drei Wochen lang trinken. Splungen. Gurgeln mit dem Tee hilft bei Schleimhautentzündungen im Mund oder Rachen. Umschlag. Ein Umschlag mit frischen B-Elter- oder Blüten oder einem Tee hilft bei der Wundheilung. Bei frischen Pflanzenteilen kann es aber zu unerwünschte Reaktionen der Haut kommen. Gesichtsdampfbad. Gesichtsdampfbad mit dem L- oder T-Dienst der Hautpflege. Einreibungen. Einreibungen mit dem L- oder Tee helfen bei Magendarmproblemen. Sitzbder. Sitzbder mit D bei Magendarmproblemen und Hautproblemen. Salben-Cremes. Salben-Cremes helfen gegen Hautprobleme. Rezept unter Kamillenzink-Creme. Inhalation. Asthma und Bronchialstau. Haarpflege. Tee als Haarwasser zur Aufhellung von nachgedunkeltem blondem Haar. Aromatherapie. Das derische R-Absatzzeichen-Mische Kamille-Ell duftet fruchtig und wirkt ausgleichend, besenftigend, gegen Müge, Missmut und Stress. Mehr Bär-Aromatherapie. Lexikon der Aromatherapie. Homo-Absatzzeichen-Partie. Genutzt wird das blinde Kraut der ungefüllten R-Absatzzeichen-Mischen Kamille. Hilft gegen Beschwerden durch Nerv-Absatzzeichen-Sehanspannung. Geschichtliches. R-Absatzzeichen-Mische Kamille mit Rom oder den R-Absatzzeichen-Märn hat die R-Absatzzeichen-Mische Kamille nur den Namen gemeinsam. Die alten Güpte weihten die R-Absatzzeichen-Mische Kamille dem Sonnen-Gottra. In der europäischen Volksheilkunde war die R-Absatzzeichen-Mische Kamille schon immer eine sehr wichtige Heilpflanze. Seit dem 16. Jahrhundert ist die Pflanze in Europa als Heilpflanze dokumentiert, vor allem im Gromlanden, da war die R-Absatzzeichen-Mische Kamille ein verbreites Unkraut. Die wurde bei Trzandflin bei Kindern eingesetzt. Die R-Absatzzeichen-Mische Kamille soll andere Pflanzen heilen, daher hat man hier die R-Absatzzeichen-Mische Kamille neben kranke Pflanze gesetzt. Pflanzenbeschreibung R-Absatzzeichen-Mische Kamille Die R-Absatzzeichen-Mische Kamille kommt ursprünglich aus Nordafrika und ist in Westeuropa und rund ums Mittelmeer heimisch. Selten in der Nordhuhr meist nur an Kulturen, Gärten oder Umsiedlungen zu finden. Sie WCHSD bevorzugt auf Grasfluren und an Gipschen. Die mehrige Winterhärte Stauder WCHSD-Dichtpschicht und wird zwischen 10 und 35 cm hoch. Die Bäder sind doppelt widerspaltig. Die Weinblüten erscheinen zwischen Juli und Oktober. Die Blüten sind wei, haben ein gelbes Räneres. Die Blüten haben einen Durchmesser von etwa 2 cm. Die gefüllte ist etwas kleiner als die ungefüllte Variante. Anbautipps Pflegeleicht Ungefüllte R-Absatzzeichen-Mische Kamille Im VIA in Reihen mit etwa 45 cm Abstand aus ein Gefüllte R-Absatzzeichen-Mische Kamille Die wird vegetativ vermehrt, der steril im RZ oder September auspflanzen, im Abstand von etwa 30-40 cm. Der Standort sollte volle Sonne haben und der Boden ennstoffreich, locker und trocken sein. Ein guter Bodendecker und einfach in Balkon stehen zu kultivieren. Nach der ersten Blüte zurückschneiden. Wenig Tungen, wenig Gien und Stornse verhindern. Sammeltipps Blüten Camomile Romaneflos In der Vollblüte am Vornmorgen ernten Geerntete Blüten weiterverarbeiten oder im Schatten trocknen. Die Temperatur darf 40-Grad-Zeichen-Zähn nicht überschreiten, damit die aromatischen Leen nicht verfliegen. Getrocknete Blüten innerhalb eines Jahres verbrauchen. Bei der Krauternte etwa 5 cm Bär dem Boden abschneiden, damit die restliche Pflanze nicht vertrocknet. Bei zu haaufigem Kontakt mit der Pflanze ist eine Hautentzendung, Dermatiz, im Absatzzeichen glich, daher am besten mit Handschuhen ernten. Läden 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 Läden